Hm. Was? In der Zeitung steht, dass Mike Nolan verschwunden ist. Die suchen ihn jetzt schon seit zwei Wochen. Scheiße, Mann. Ja. Es war bestimmt eines von diesen verfickt gelben Dingern, die du letztens in der Stadt gesehen hast. Hm, wahrscheinlich schon. Ja, alles klar, dass... Sie sind nicht echt. Die sind echt. Lernst du fucking Junkie? Skid ab, Mann. Sassy, wir haben 6 Uhr morgens und... Ist das ein fucking Flugzeug in der Einfahrt? Darauf kannst du einen bauen, Mann. Donnie und ich haben das in dem verransten See gefunden. Oh, das ist fucking sick. Yo, Leute, kommt ihr jetzt oder was? Ach ja, Mann, willst du ein bisschen mit uns über den Pazifischen Ozean fliegen, Mann? Fuck yeah. Ja, guck. Das ist eine Insel im Verfickten irgendwo. Na, mir auch Sassy. Ja, Mann. Bist du sicher, dass wir noch auf Kurs sind und zurückkommen? Ja, nein, Mann, wir schaffen das. Also wenn Donnie nicht das ganze Benzin wegschlucken hat, nicht nur so gut at es gibt. Das ist ein bisschen sehr vieler이잖! Gehautes! Gott, Herr Scharrer! Gehautes! 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 Oh, fuck! Ah, shit! Sassy, was zum Fick? Ah, Leslino. Sassy, was zum Fick geht hier ab? Ich warte ewig am Strand auf dich, dass du kommst, und ihr sitzt hier und habt ne verfickte Party im verfickten Dschungel. Oh, ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Da ist es, Mann. Da ist es. Jo, Leute, das ist keine witzige Party. Das verfickte Leben, Mann. Wir sitzen hier auf dieser verfickten Insel fest und ihr sitzt hier und kippt Bier und wer weiß was sonst noch. Nein, Mann, ich mach das, damit ich nicht komplett abkacke. Ich kann nicht lange ohne Drogen. Erinnerst du dich an das eine Mal, wo du 15 Minuten keinen Zug hattest? Jo, geht's dir gut, Mate? Nein! Ich raste aus, Mann! Oh, schnell! Hitte das, Mann! Wie fühlst du dich? Was genau meinst du? Was genau meinst du, Donny, du fucking Junkie? Jo, habt ihr das gerade auch gehört? Was denn? Was gehört? Oh, Gott. Oh, Donny, los. Buh. 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 Puh. Iuugh. AAH! AAH! Fuck! AAH! HAD MEIN NACKEN! HAD MEIN NACKEN! HAD MEIN NACKEN gebrochen hallo bleibt weg oder ich boxe euch um fuck yeah nausi ich hätte nicht erwartet dich hier zu treffen du lebst die zeitung sagt dass du verschwunden bist das ist ein bisschen komplizierter so viel kann ich dir sagen ich bring diese perfekten gelben dinge schon seit zwei wochen oh man und wo hältst du dich auf ich zeig's dir hm schöne aussicht hast du hier ja ist ganz okay ne was zum fikt machst du da grad dich vorbereiten es gibt drei dinge die du auf dieser hinsel brauchst man waffen munition und ne schachtel kippen so viel sag ich dir hier man ihr name ist doris behandel sie gut hm das ist ne schöne waffe die du hast nalsi ja man die ball hat köpfe von links nach rechts wächst so viel sag ich dir man atmest du aus was meinst du wenn du rauchst atmest du aus ich versteh die frage nicht man du weißt schon beim rauchen musst du ein und ausatmen das klingt dumm du willst mir also erzählen wenn du eine rauchst rauchst du das ganze ding am stück ohne auszuatmen ja mann so macht man das nein mann so stirbst du verdammt okay also du willst mir erzählen du gehst zur tanke kaufst deine coke du nimmst einen schluck von dieser coke und spuckst ihn aus wie viel hast du davon mann 48 jahre und wie alt bist du 52 du wirst an fucking lungenkrebs sterben mann du bekommst ne fette cockschelle krebs direkt in die fresse 20 40 20 40 40 40 40 Oh man! Wer zum Fick bist du? Und woher kennst du meinen Namen? Mein Name ist Bambo Brutus und ich weiß vieles über dich. Aber was ich nicht weiß, was du auf meiner verfickten Insel zu suchen hast. Ich bin mit meinem Flugzeug hier abgestürzt. Was genau weißt du alles über mich? Bumble, Anus oder wie immer dein scheiß Name auch ist? Bambo fucking Brutus! Ist doch nicht so schwer, du Wichser! Ja, ja, was auch immer. Naja, was ich über dich weiß Leslie ist, dass du ursprünglich von einer Welt namens Kingdom Come kommst und von deinem Vater und deinem Bruder verlassen wurdest. Und als du zur Erde kamst, hast du ein kleines Baby gefunden und dich dazu entschieden ist zu behalten. Ich wurde verbannt, nicht verlassen. Und wenn ich hier fertig bin, gehe ich zurück, um meinen Vater zu treffen. Zurück gehen? Weißt du es etwa nicht? Kingdom Come wurde vollkommen zerstört. Ich bin überrascht, dass überhaupt sechs von euch überlebt haben. Das glaube ich dir nicht. Glaub es ruhig. Und noch was, du verlässt diese Insel nicht. Also wirst du mich töten. Ich werde dich nicht töten, Leslie. Ich werde dir jedes einzelne Organ rausnehmen, bis du stirbst und dein Schreien zuhören. Weißt du, was mit Bienen passiert, wenn sie zustechen? Was? Die Wichser sterben. DAAAHHH! Ich werde diese Insel verlassen, wann auch immer ich will, du gelbes Stück Scheiße! Kriss Scheiße! Was? Was glattst du mich so an? Ha! Scheiße! Fuck yeah. Yo, denkst du Les geht's gut? Was genau meinst du? Ah, Nolan, man. Was geht ab? Yo, Boys. Habt ihr Les irgendwo gesehen? Wen genau meinst du? Nee, ich denke, er ist immer noch im Dschungel, Mann. Fuck. Oh, Freunde. Oh, fuck. Es ist Clarence. Hallo? Freunde? Clarence, du kartoffelförmige Missfigur. Was geht ab, Mann? Hallo, Sessi. Ich war nur, ähm... Los! Los! Hey, Lesley. Was machst du denn hier? Derpiss dich, Clarence. Au. Sie haben mich vergessen. Oh, Lord. Bitte hilf mir. Nein. Denkst du, Clarence kriegt das hin, Mann? Ja, wird schon passen. Ey, Nalsi. Du magst es, Sachen zu reparieren, stimmt's? Ja, ja. Klar, Mann. Mir würde es dir gefallen, morgen vorbeizukommen und mir mit einem Projekt zu helfen, an dem ich gerade arbeite. Was für ein Projekt denn? Mmm. Mmmmm. Ja, dann. Kein. Die Karte. 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 Es ist Social Mitest. Wer, wer ist da? Was? Der Arme Brutus wurde getötet, mein Lord. Die Eindringlinge sind auch schon lang weg. Was werden wir tun? Wir ziehen in den Krieg. Fuck.